Musik Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Corlpern, 100 Meter Zeit, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Suicoden 2. Is that you, Alex? Come in, sagt Annabelle, als es an ihrer Tür klopfte. Doch wie das gerade hier zugelaufen ist, können wir das doch gar nicht sein. Wer wird hier jetzt reintreten? Wir sind gespannt, wir finden es raus. Los geht's. Joey, ich wusste es. Excuse me, Annabelle, may I come in? Du bist ja schon drin, Trottel. Please, but Joey, what do you want at this hour? Your life, I came to take it. Was? You're not joking, are you? What? Please, don't scream. I don't want to believe it, but... What the fuck? Forgive me. Genau, bis auf dich, da merkst du nicht so viel. To protect Mews in the state and to allow the people here to live full, rich lives. That is what I must do. Do you have something like that? Something you do at all costs? Yes. I also have something I must do. Can you bear the burden, Joey? Do you really have the resolve? Genau, kannst du damit leben, jemanden umzuring mir jetzt hier? Yes. I've got a reason to bear that burden. And I will. Shit, was hat der Typ vor? Even if I call for help, I suppose I can stop that knife. Would you at least let me finish this glass? It's from a close friend. Would be set to waste it. Shit. I'm sorry. You dropped your guard. Boy. Jawohl. Sie hat ihn überwältigt. Wir gehen hinter schnell. Verdammt. Oh mein Gott, dieser Gang ist so endlos lang. Pardon. Nein. Alex. What? No, what happened? Annabelle ist... Joey. You didn't. Forgive me. Alex. Warum hast du das getan? Er rennt. Wait, Joey. Sie lebt noch. Damn. Oh, oh, oh. Jess, the Highland Army has entered the city. What? How could that have happened so quickly? It was open from the inside. Someone must be working with them. What? Okay, Alex, don't move. Hey, call a doctor. Alex. Oh God. Try not to talk. Tell Jess. I don't need a doctor. Alex. Kenkaku-san. Kenkaku-san. You. You. I meant to. Apologize. To you. For what. The state and I did to. Kenkaku. Annabelle, don't talk. Alex. Nanami. Did you? Were you? Were you happy with your life? With Kenkaku? Why? Why do you ask such a thing? Why do you ask such a thing? Yes, of course. Is that so? Then at least I can rest. What the hell? Was, 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 was is here los? Oh my God, die Story fängt an, ins Rollen zu kommen. Hurry, hurry and escape. The Highland Army, they, they are coming first. Hurry. But, 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 but. I, I have a last request. Don't die, Alex. Nanami. Live. Now hurry and run. Oh my God. Let's go, Alex. Shit, we're not going to die. Why don't we run with Joey now? Why don't we let the man come? Alex, you. I think it was fate. I think fate sent you here. Verdammt. Was hat die Frau mit uns tot? Ist die meine Mutter gewesen? Alex, hurry and run. Okay, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Okay, diese Rennparten, die sind bis jetzt nie gut gegangen. That's right. Pillica, we have to save Pillica. Habt ihr überhaupt nichts gesagt? Na gut. Oh my God. Random encounters. Schlagt sie tot. Oh my God. Oh my God. Habt ihr nicht getroffen und Counter eingesteckt. Zack, 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 zack. Du blösch. So, feiern wir euch. Du stupid Masters. Ich nehm jetzt hier trotzdem den geraden Weg runter. Wir sind schnell zu Pillica. Nein. Was hat Joey nur getrieben? Was hat der vor? Warum hat der die Frau abgestochen? Was ist hier los? Ihr versteht nicht. Will der vielleicht jetzt zum Feind überwandern und sagen, hey, guck mal, ich hab die Olle da abgestochen. Ich bin jetzt bei euch und die dann von innen heraus zerstören. Das wäre natürlich eine noble Aktion. Das rechne ich ihm jetzt einfach mal hoch an. Ich hoffe, das stimmt auch. Nein. Was ist kaputt? Oh my God. Hatte ich Joey irgendwelche besonderen Ausrüstungsgegenstände und Runen ausgerüstet und so? Hat er die jetzt einfach alle mitgenommen oder liegen die jetzt wieder mal in den Meta? Ich hab keinen Plan. Ich bin völlig überfordert schon wieder mit der Situation. Nein. Ich hab den Eingang verpasst. Ähm. Auto. Schlagzeug. Ja, sie treffen mich gut und wir könnten einfach, wir könnten einfach zurück hier. Einfach aus, ihr könnt doch den ganzen Laden. Zack, zack. So, jetzt sind nur noch wir, jubelig. Stirb! Schade, wir sind nicht stark genug, um den mit einer Runde fertig zu machen. BAM! BAM! Klippotschka. Kaputski! You got a Bento. Äh, was ist irgendwann für so Bento weg? Äh. Die zwei Medizins. Ich weiß zwar nicht, was so Bento ist. Vielleicht hab ich jetzt, äh, Medizins für ein paar Schnürsenkel weggeworfen oder so, aber wer weiß. Pelika? Ach, sie ist noch da. Leona hat sie beschützt. Victor und Flick went together the army to try and buy a little time. They're going to all rendezvous in Southwindow. I'm getting ready to get out of here. You should escape too. A boat runs from Coronet South of here to Southwindow. What are you waiting for? Hurry up and run! Yes! Pelika joins Convoy. Verdammt, wir sind nach Coronet runter. Schauf mal, schauf mal, schauf mal, schauf mal, schauf mal, schauf mal, schauf mal. Roos! Nein! Schade, dass Pelika nicht kämpfen kann. Schade, schade. Aber gut. Ja. Schön, dass wir so oft ausweichen können. Das gefällt mir echt gut. Dumms, blumms. Sehr schön. Nanami, babami. Nanami, babami. Okay. Oh mein Gott! If we made it this far, we should be fine. How many times have we run like this? Wait! Pelika, we can't go back! Die hat dann noch irgendwas? Sie weint. It's okay, it's okay, Pelika, honey. Joey will be fine. We can't go back. Verdammt. Was hat Joey nur getan? Oh, wir sind unter einem Baum. Pelika, she finally fell asleep. Hey, Alex. Alex, is it true? Did Joey really do that to Annabelle? No, he would never do such a thing. Oh doch. So what are we going to do now? Corona, shipwarten. Do you know what I want? I want to go somewhere far away. Far away from all this war. Somewhere in the mountains maybe. We could live a quiet life. We could farm a small field, just the three of us. It will never happen now. Oh, that would be nice. Wouldn't it? Liar! I'm sorry, you're right. That'll never happen now. Forget about Joey. I'm tired now. I'm going to sleep. Das war jetzt aber flott. Good night, Alex. Hören wir nicht nach Corona drunter? Warum setzen wir uns da seelenruhig an den Baum, wenn ihr ringsrum Krieg ist? Naja, gut. Fragen wir nicht weiter. Oh, es ist hell. Good morning, Alex. Leona, she said to go to Coronet, right? Ja, das habe ich dir die ganze Zeit schon gepredigt. Pelika erbarmt sich auch mal wieder wach zu werden. Putze die Zähne, Kind! Good morning, Pelika. We'll go after you. Wash your face. Hey, Alex. Hugo, wash your face in that stream, too. Gut. Waschen wir uns alle mal, dass du siehst. Oh, wir sind schon in Coronet unten. Sehr schön. Oh, mein Gott, nein! We can't take a boat from here to Cuscus on the other shore. I think we can get to Southwindow from there. Cute young mapmaker, and Matt told me that. Mapmaker? What's wrong, Pelika? Are you sleepy? Was hat sie denn gesagt? Was, 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 was? Ich verstehe es nicht. Gut, liebe Freunde, ich würde aber mal sagen, auch wenn der Part jetzt hier wahrscheinlich zu kurz wird, ich muss ja auch mal in die RR. Wir bleiben hier jetzt und saven und lassen den Part gut sein. Okay. Ähm, verzeiht mir diesen kurzen Part. Tut mir leid. Ihr kriegt dafür längere an anderer Stelle, aber das muss ja hier auch alles mal noch verarbeitet werden heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bei dieser Session. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bitte seid doch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir wieder Suicoden 2 spielen. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin Co-OP an 100 Meter Zahnan dran. Ich wünsche euch alles Gute und sage Tschüss und bis dann. Das ist ein Mal wieder. Ciao, jetzt kommt. Das ist ein Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020